Hallo Leute und willkommen endlich wieder zurück bei Dolin zu einem neuen Let's Play Chivalry Medieval Warfare. Ja, ich bin heute unterwegs mit der Wikinger-Axt, hab mir mal eine neue zweihändige Waffe ausgesucht. Ich bin noch nicht allzu gut mit der Waffe, aber langsam wird's denke ich. Und wir sind hier auf einer Team-Mission auf der Map Cove mit relativ wenigen Leuten und ich werde hier schon abgeschlachtet. Ja, what the fuck, was da hochgeflogen, was da hochgeflogen, was da hochgeflogen, war's mein Kopf oder was? Naja, wunderschön. Ja, auf jeden Fall Team-Mission kauft, war aber schon mal ein Let's Play drauf. Aber jetzt geht's hier mit einer Waffe und mit einer bisschen anderer Grafingerstellung los. Also ich bin noch ein bisschen rum experimentieren, wie die Grafik. Ja, aber es läuft, leckere eigentlich. Und ja, es ist nicht so viel Leute auf dem Server, wie ich kann eben gesagt hab, oder? Keine Ahnung, kann sein. Und ja, deswegen ist es ein bisschen spannender, ne? Wir haben eingetroffen. Ja, geht schon mal gut hier ab. Na, scheiße. Barisat. Oder Barisat. Ich nenne ihn jetzt immer Barisat. Na, das wunderschöner Name. Ähm, es kam in der Zwischenzeit sogar ein wirklich sehr großes Update zu Chibeli raus. Ich glaube, 4 Gigabyte Update wird hier genannt unter der Community. Und zwar sind da einige wirklich sehr toll aussehen, die Maps neu dazugekommen. Ich hab zwei davon schon gespielt, also ich glaub, ich weiß nicht, ob es jetzt die einzigsten Maps dazugekommen sind. Ähm, aber, ja, auf jeden Fall sind zwei Maps, zwei neu dazugekommen. Und, ja, mal gucken, ob noch mehr dazukommen. So, auf jeden Fall. Also, die Entwickler von dem Spiel, die bringen immer neue Updates raus, immer wieder. Also, die, ja. Ja, ich werde die umgebracht. Ah, ja. Wunderschön. Danke, meine Freunde. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist bei dem neuen Update, ihr seht hier, bei manchen Namen ist so ein roter Adler von der Mason, zum Beispiel, neben den Namen. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, was das so bedeuten hat, muss ich mich noch informieren. Und bei den Agatha-Banner kann man natürlich auch daneben setzen, irgendwie, was es auch immer bringt und wie man es auch immer erreichen kann. Vielleicht sind es ja auch Typen, die sich das irgendwie erkauft haben. Weiß nicht. Also, ich habe es bisher noch nicht. Ja. So, jetzt versuchen wir mal hier endlich diese Tore mit der Kanone abzuballern. Ich könnte jetzt hier einmal die Kanone... Ach, scheiße, das ist schon wieder... Was heißt meine Verbündeten? Ich finde meine Verbündeten nicht. Ah, okay. Gut, wenigstens kommen auch mal nette Leute, wenn man von ihnen spricht. Oh, ja. Hallo. Ah, scheiße. Ja, ja, ja. Oh, Mann. Ich hasse solche Typen. Milfkeeper. Ja, also ich bin jetzt wieder zurück. Es war jetzt eben so, dass ich in der letzten Woche umgezogen bin, relativ kurzfristig. Also, ihr könnt euch so vorstellen, fast mein Vater ist auf einmal reingekommen ins Zimmer und dann hat er gesagt, so wie er zielt es um. Ja, so ungefähr war das. Und deswegen konnte ich nicht extra noch ein Informationsvideo machen, in dem dann erwähnt wurde von mir, dass ich eben wieder keine Videos machen kann, weil ich umziehen und das Internet hat er noch rumgeschmackt nachzudrücken. Und dann, und jetzt schüttelt mich auf. Ich bin jetzt mal tot, ja. Ich bin jetzt mal tot, ja. Bumm. Ja, mein Freund. Wieder tot. Drachen, Drachen, Drachen. So, jetzt wie lädt man das eigentlich? Ich hab' mir immer noch keine Ahnung. Na ja, bringe mir vor Leutung. Oh hi. Okay. Ja klar! Ey, ich hab' ihn doch zuerst getroffen eigentlich. Naja, egal. Ich hab' immer so das Gefühl, dass ich irgendwie der Game-Sound ist glaub' ich relativ laut. So, ich muss wahrscheinlich meine Stimme dann noch nachträglich lauter stellen. Naja, das interessiert euch eigentlich relativ wenig. Wenn's viel draus ist, dann ist so wie es ist und ja. So, ähm. Was ich euch mal fragen wollte, und bitte antwortest, wenn ihr so nett seid. Ähm. In den Kommentaren natürlich. Ähm. Ich hab' mir mal überlegt, ob ich vielleicht noch mit einem Kollegen aus, der hat mir jetzt vorgeschlagen, ob ich mit dem mal ein Star Wars The Old Republic Let's Play machen soll, und zwar als Civ-Krieger und Civ-Inquisitor, weil irgendwie wurde dazu noch nie ein Let's Play auf YouTube gemacht. Und ich find' das Spiel euch ganz nett so. Letzt ist eigentlich mit eh, oder? Ja. Wenn ich da eh zurückgeleitet, oder? Keine Ahnung. Wow. Ja. Ich hab' irgendwie schon 100 Spielstunden in Chivalry, aber keine Ahnung, wie man solche Dinger bedient. Das ist auch wunderschön, natürlich. Der sagt immer, yes, yes, der Typ. Bumm. Oh Mann, schade. Ja, das hat's geleckt. So unfair. Ja, komm, fick dich. Ja, Junge, hör auf, sei dumm zu springen. Verräg' mit einem, einen möchte ich töten, bevor ich spürbe. Ihr seid so unfair. Ja, einen, einen hab' ich. Na ja, gut. Jetzt wurde ich auch umgebracht. Ja, also ich hab' das Gefühl, dass diese Viking-Axt eine sehr hohe Reichweite nach rechts und links hat. Also wenn man hier schwingt, dass man dann Leute, die da so stehen, ganz gut treffen kann. Bisschen mehr als die anderen, die das Langschwert, das ich davor benutzt hab' oder Kriegschwert, weiß kann nicht, wie's noch hieß. Und ja, da kommt ein weißer Michelin-Mann, den werden wir jetzt ausschalten. Und jetzt nicht weg. Ja, vielleicht doch fast Sie bitte kommen. Sonst schaff ich auf wieder. Schwe-Lahnie-Kanone, mal gucken, wir schaffen, eiiiiii, eiiiii, e Pretty, alIS als ich aber ich glaub, da hat was gebracht. Du musst einfach da stehen. Aber man muss da stehen, okay? jetzt kommt die Böse wichtig also ja ich weiß ja wie die Bösewichter sind keine Ahnung guter schlechter Schlag ich habe 8 Böse er braucht schon Schutz vom Fallen ah scheiße so den Hammer in zweiter Laden schnell oh was war das Paris Paris hat immer der gleiche zerlaubt er sich versuchen wir erneut unser Glück aber sagen die Map ist halt eigentlich schon ganz geil ich finde wenn da nicht so viele Leute so wie jetzt ungefähr drauf sind dann ist die ganz geil die Map aber wenn die so überfüllt ist irgendwie mit mit 20 gegen 20 Leute oder so dann fließt es das ist dann zu viel Chaos dann verreckt man ständig wenn man irgendwie von Freunden vielleicht mal irgendwie ins Getümmel reingedrängt wird oder halt auch mal von eigenen Kollegen betroffen wird auf Versehen so Sachen halt halt einfach von Leuten und Singlethurt ich lade schön die Kanone hallo ich schaff das noch ja ich hab's geschafft triumph über diesen Arscher hier und gleich ist ein Job aber es kommt mich hin holen naja war mir klar war mir klar war mir schon klar was ich gar nicht freuen irgendwie wie du gerade auch immer gehießt lasst 6,0 bla bla moll also wenn ich die Leute hier beleidige meister nicht ernst ich mach's ja nur zum Spaß das ist euch allen hoffentlich klar so jetzt fällt mir hier mal ein Baum Leute wir kommen zu Holzfällsimulator 2000 keine Ahnung ob das Spiel rausgekommen ist ich schätze mal 2011 so weiter geht's so dass einer an der Balliste oder an dem Skoplo wie das heißt oh das geht na egal lass uns mal kämpfen äh wir haben hier einen Kollegen ach scheiß Archer man das ist einfach zu viel was soll ich scheiße ich muss den Archer holen aber die schon bemerkt ja war mir klar und gleich was hier Bum oder du triffst mich nicht ah du Drecksack ha 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 mein Freund wunderschön so jetzt hier da haben wir noch einen Kollegen ich denke ich glaube ich leute ich soll die abhauen oh shit da hat einer an der Balliste heilige Mutter Maria Gottes Auditiones okay ich glaube es voll bescheißer aufgezählt hab ich getroffen und nochmal ah ja du kleiner Drecksack wie hat er mich jetzt getroffen wo ist der kleine böser Typ okay er wird aufgehalten man wir müssen mal hier das Tor zerbrechen wir haben nur noch eine Minute und 50 Sekunden Zeit und ich glaube neue Musik ist dazu gekommen ja ich würde es ja nicht ganz gut an oder halt mit anderen Instrumenten die gleiche Musik das ist ich hasse es wenn die Typen auf einmal so'n komisch langen Schlag machen ne eigentlich bin ich dran gewöhnt es abzubilden ihr hört die Musik die schon die gleiche aber ein bisschen anders irgendwie also so'n finde ich es zumindest ist so load load damage so was sagt der Kollege hi 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 okay viel Spaß an Baden so jetzt haben wir es endlich geschafft so jetzt müssen wir den Rambock zu den Toren schaffen und damit wir dann die Kirche von denen vernichten können so Pushtray Motherfuckers so ja da kommt schon der erste das erste Michelin Menschen auf uns zu hallo Michelin Mann sagen wir tanzen was für ein alter Trick darauf falle ich nicht mehr rein ha 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 bumm ich kriege ich jetzt bin ich von Kollegen glaube ich getroffen wunderschön oder von irgendein Wichser der ja war ja klar wo sind meine Freunde schon wieder hin ah ja ist verbrannt ich hab mal Sist glaube ich bekommen also müsste ich bekommen war das war sehr viel reich ja ich hab doch geblockt das war es unberechtigt vollkommen unberechtigt und ich werde die Katz vom Rambock überrollt auch gut so ja ich bin Katz irgendwie leicht heißer oder so keine Ahnung na weiss auch nicht meine Stimme fühlt sich mir gerade so anders als sonst und wie kennt ihr das wenn ihr lange aufbleibt wenn ihr sehr lange aufbleibt am nächsten Morgen wenn ihr so leicht müde seid aber halt aufnimmt oder so ihr hört sich dann eure Stimme wie so ein bisschen anders ich meine dass sie ein bisschen heller ist als sonst aber bin mir auch nicht so sicher ciao mein Freund ok ich schieb die Ramme weiter wenn die Leute da hinten kämpfen müssen sich die Gelegenheit ausnutzen oh oh fuck ja 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 oh fuck das sieben das Öl oder wie man so auch mal nennt oder kochenes Öl ich glaub beides ist richtig ja ok ah scheiße Mann ich wollte noch in ihr Leben zu rauskommen aber das Schieben der Ramme erfordert Opfer oder das Schieben des Rambocks Rammes so ein un unherkömmliches Wort ok ok das Gemessen geht hier wieder ab so ich geh mal mit dem Kollegen und ich hab ihn komm 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 wunderschön aber auch ein bisschen Leben verloren so jetzt aber schnell mehr zur Ramme Leute kommt Männer ja Feuer ah nee ich hasse Feuer ich glaub ich versteck mich gleich wer damit Trigger nennen kann ach scheiße jetzt geht's ja mal los soll ich jetzt hier oh fuck so viel ah ja Drachenheld ja so viel Feuer da kommt natürlich der Drachenheld und fehlt mich der ist ja speziell dafür ausgebildet Feuer zu löschen aber eigentlich sollte er nur Feuer löschen die von Drachen verursacht wurden naja egal ich möchte mich jetzt hier nicht zu sehr in Scheiße verlabern so benutzen wir hier mal diesen mittelalterlichen Aufzug ja schon Hightech hier und schnell rüber ah jetzt haben wir hier einen Schleichweg gefunden denke ich aber wir könnten jemand von hinten angreifen ich glaub weil ja ja ich glaub ja hier ist die Kirche jetzt müssen wir hier ja genau jetzt können wir hier von hinten angreifen das war die Merkusser schädigt schon von hundert Kilometer entfernen so auf den Boden schützen naja wenigstens habe ich die dreckige Boden schützen bekommen er hat dort mit Team Kill muss anders konnte er es nicht schaffen musste er mich hier musste mit Team Kill muss der mich umbringen so durch das Tor schweben wir so durch das Tor schweben wir ja ähm ja schreiben wir mal in die Kommentare was ihr dazu sagt wenn man so ein Star Wars The Old Republic Let's Play machen soll mit Civ Inquisitor und Civ Krieger also es ist halt so ein Star Wars Online Spiel aber es ist halt echt relativ gut bei dem Spiel macht es auch echt Spaß die Story zu spielen was eigentlich bei MMORPGs nicht so die Regel ist weil die auch nicht auf Story ausgelegt sind ähm also meiner Meinung nach und ja und bei dem Spiel ist es halt so dass da die die Story in Filmsequenzen wirklich ganz geil wie in einem richtigen Rollenspiel da wird Story immer wieder geil dargestellt mit Filmsequenzen und äh detaillierten Dialogen die alle voll vertont sind also da muss man nix die ganze Zeit lesen eigentlich ist es immer so bei diesen Online-Spielen oder bei diesen MMORPGs dieses massiven Multiplayer-Spielen da ist es ja eigentlich immer so dass man dann einfach die Story über wegskippt halt überspringt und dann halt einfach die Queste legelt und levelt immer so also ich spiele eigentlich MMORPGs auch nicht so gerne da muss ich ehrlich sagen bin ich so der Fan von aber Hansa Wixler so weit attacken so hart verblocken so hart verblocken ach ne hier mit eurem Trekking voll komm ich am Arsch ich bin mir hier von der Mauer und tüten die Tüte vollkopf mal als eigenhände ich werde gleich abgeschossen oh ne heilige Scheiße ja schieb weiter ich tüte die Arschung wenn ich schaffe oh 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 ja ja klar jetzt kommt da ein Typ mit Tyrannosaurus rekt ja wahrscheinlich kommt da so ein Typ mit so einem Kochhut oder so naja ach so also ich finde ja ok wir sind immer nur auf Platz 4 obwohl ich eine neue Waffe spiele mit 8 Kills ja ok ist schon nochmal großer Unterschied zwischen den Top 3 aber egal muss sagen es läuft es halt hier kann ich so gut aber macht trotzdem einigermaßen Spaß sonst ach fuck man wieso geht der nicht runter ach fuck man wieso geht der nicht runter ja man perfekt so habe ich mir das erhofft dann kommt schon da kommt schon wieder irgendwas oder ah ne Scheib zu hörhöhöhö tschuldigung na war nicht mehr ich nein der Typ im Kochhut schon wieder ganz still ganz ruhig ganz ruhig hoch ganz still okay der Koch hat sich verpisst wird abgeschossen so mein Freund ciao so den haben wir auch ganz schnell wir sind an dem an dem Tor also die Musik ist gerade oh fuck wir haben fast fuck wir verlieren gleich wir müssen pushen oder usen ich halte sie auf den Koch man nein komm lass uns doch schaffen richtig ey wieso lass uns das nicht schaffen weil ich würde das doch verlieren nein ey wir sind nicht durchgekommen ey das darf doch nicht sein push that car ja zu spät deliver service ain't stopping ach schade die Hunde haben wir verloren aber war eine ganz gute Runde fand ich Baldur Karzina ja ok ich lese ja Karzillos Namen von der Liste ja wir hatten aber auch einmal weniger so wie es aussieht so ich bin auf Platz 3 gekommen mit 10 Kills, 17 Tode und 7 Assists ja ist ganz ok mit der neuen Waffe wäre noch ein bisschen weniger Leute drauf gewesen wären wäre ich vielleicht nicht so oft verreckt aber mal gucken so mal sehen was jetzt für eine wunderschöne Mission kommt oder was auch immer war 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 so die das war